Was der Kampf um Platz 2 mit dieser Gymnastin, mit Mila Marinova, vielleicht noch einmal spannend werden könnte. Mila Marinova lag zwei Zehntel hinter Oksana Skaldina, erhält sie jetzt eine Wertung von 9,55. Könnte sie gemeinsam mit Skaldina noch auf Rang 2 gelangen? Den ersten, das haben Sie, liebe Zuschauer, bemerkt, den ersten Platz, den haben wir beide schon für Alexandra Timoschenko reserviert, die zum Schluss dieses Wettkampfes dann noch ihre Seilübungen zeigen. Mila Marinova. Ja, da ist Tempo und Witz drin in dieser Übung. Ja, da ist Tempo und Witz. Viel Beifall noch einmal für diese recht originelle Übung, die uns die vorjahreszweite Mila Marinova aus Bulgarien gezeigt hat. Originalität dafür gibt es 0,2 Punkte.